2 3 6 6 5 6 7 8 9 9 9 10 12 13 14 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 19 ich habe 3 medkits da sind alle weg die einen sind noch davon woher fliegst du? außen rum mir egal ob ich noch zonen schaden mitnehme ich habe zonen schaden als gegner ja nice und die habe ich gesehen ja das war es tschäse uns einfach fangen schon mal an medkits zu gönnen wenn du dir 3 medkits gönnst dann denken die du wärst irgendwie entkommen oder sowas können die medkits schon schau die denken jetzt schon du wärst schon mal irgendwie rausgekommen schau die ziehen durch ich seh die halt nicht mal ne der jump da noch ich denk halt wirklich du wärst schon durchgezogen oder sowas komm gönn den medkits ja jetzt chill jetzt kurz ein bisschen länger du musst jetzt gönnen ne gleich nein ich mach 2 ATX oder ja aber bei 20 ja 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 spätestens bei 22 eigentlich müsste ich ihm einen headshot mit der AK drücken ne mit dem rechten aber wo ist da ein rechter da ja ja die ziehen durch die zone kommt ne jetzt geh auch schon mal ein bisschen weiter fahren da liegt noch die medkits ja da liegt noch die medkits die machen Auge Bei mir ist ja ne oder mein sein von dem dem angeklang die hat all die das wie Alter Wenn sie dich pushen, wenn sie dich pushen, dann wreckst du sie. Die haben mit mir schon abgeschlossen, die wissen, dass ich tot bin. Am Ende eins gegen zwei, ich gegen die, ich hol sie. Ich hab Lags. Ich mach glaube, mein ganzes Zünd ins mein Handy wieder raus. Nein! Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Geh zum Pricks! Ich schl... Entschuldigung hier noch hin. Ich mach halt Wein, die wieder raus. Was ist das? Alter, volles Massenmörder-Spiel, Digga. Jetzt denken sie schon, jetzt machen sie schon auf, ähm, Anspielung für Selbstmord. Der war wie so ein Strick auf dem Boden. Oh Gott. Geh jetzt ohne. Schon mit dem Lootjob, glaub ich. Ich hab nur den goldenen Stuhl da gesehen. Ja, ich hol ihn mit auch nicht. Ist der Busch? Ja. Ja, wir haben genug Zeit. Meine Waffen, soll ich mir einen Biggie gönnen? Ne. Grüße gehen raus an die beiden Techniks. Dani, bist du gerade in der Runde? Ne, ne, ich guck's schon. Kannst mal kurz die Standings schauen, wann man, wann, wie viele Punkte bekommt? Ja. Ähm. Top 15 haben wir bekommen, ne? Ja. Und hier Details. Äh, also, Top 28, Top 21, Top 15 und Top 10 und Top 6. Top 6 und Top 3. Und erster. Und erster halt, epischer Sieg 7. Die Punkte jeweils erst 1, 1. Top 6 gibt's, glaub ich, mehrere Punkte. Also, epischer Sieg 7 Punkte. Top 3, 4 Punkte. Top 6, 2 Punkte. Top 6, 2 Punkte. Und dann nur noch 1 Punkt. Das sind die beiden Techniks. Das hab ich mal aufgeschrieben. Also, Top 10, frühestens bei 20. Top 6 wäre noch nice. Und dann noch 2. Top 3, 4 Punkte. Komm, wir sind das einfach. Genau. Kriegt der noch. 15 Punkte. 14 und 15 Punkte. Ja. Rechnen kann ich. Und dann noch 2, 3 Kills. Ich hab Angst, dass man meine Waffen-Tanung zieht. Nein. Oho. Der macht Panic-Bilden wie Sandrocks. Ich erspray da einfach auch. Nein. Dann kommen die beiden Techniks wieder. Dann war's. Dann war's. Du geh relatesch. Was ist da wohl, Alter? Jawohl. Was du an CMS hat? Nö. Was zurих. Jetzt schon move'n? Jajaja, move. Move. Solang die jetzt noch fighten. Move dabei. Wenn man die aufgört zu fighten. Digga. Säuferlutsch. Ich dachte Nein. beş. aber so gut wie geh auf das andere Töte bei den anderen auf das Metal-Töte ach, Digga egal Lenny heißt er, V-Pits Lenny-Youtube wie viel Schuss hat er auf der Niel wenn die GAN schade ja vier punkte in der ersten runde der erste hat immer so 50 punkte nach der ersten nein 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 gestern hatte der eine nur 12 punkte bei der ersten runde ja das sind die die zuerst raus und gett nein und das war work als zwei work haben das war nicht denn die kappen ich will jetzt bis in arena ich will champions league kommen scheiße Uns haben halt die Early Kills gefehlt. Ähm, ich glaub ich komm ja schon mit. Einer ist überniedrig, hier, ja es kommt zwei Duos mit, glaub ich, okay, aber beide landen da vorne, beide Duos, oder, da hinten, da, ja, alle landen da vorne, ja, alle landen da wird Blutschess und ne AUG. Ich glaub hier. Oh, das kommt der Ska. lami muss losen ich bin tot wie viele sind da zwei dann sind sie doch mehr gelandet ich glaube schild einer schild einer kompletten habe ein lot dann ist auch da waren aber noch die waren hier im roten haus ich flug dir nur die obere etage, das kannst du noch looten 2 biegig und eine flosse ich habe 6 wenigstens und 15 bandages aber keine ahnung wo die gegner chillen äh ich glaube ich habe ihn gerade gesehen ich glaube da ja da straße in dem haus da kannst du den auf der straße ich werfe darüber einer minus 29 wo ist der andere auf was er kommt ich gehe hoch aufs dach bei meinem haus noch mal ein biegig, ich gön mir einen ich freue mich, wenn die nicht kommen diese kann ich nicht mehr das ist meine sorge aber doch, die sind immer noch da immer noch bei dem stein ja soll ich da hin einer 3 26er der letzte 26er auf white Nein der letzte 36 kann ich aber ja das war das das war das dann ist es bei mir nice da liegt eine blutpump ich will schnell zum dünnen jeder läuft mal kurz auf der anderen Seite weil ich noch nicht mehr füße da ist ein B out ich hab's gar Junge ich bin wieder da ich hab eine bandage gun mitgenommen und meine mp und zwei medkills weggemacht ich will mit Ja ok, Management ist zu nice. Hör, wie wir grad eben die Gegner gekillt haben, so müssen wir die ganze Zeit spielen. Ich hab ihm zwei Dreierbörsen gedrückt. Genau die gleiche Zone wie vorher, oder? Als wir Public gezeugt haben. Ja. Da sind auch noch zwei. Ich glaub der will sein Maid rebooten gehen. Ja, das ist ohne Muten. Da auch noch einer. Junge. Lass bisschen hinter schwimmen erstmal, oder? Nein, 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 nein. Mach keinen Sinn. Da werden sie auch noch rauskommen. Nein. Freiläuter-Solo. Da. Es kann sein, dass er Solo ist. Du hast immer so ein bisschen Auchen hier drauf gemacht. So wie die beiden Techniques grad eben bei mir, ne? Nein. Der ist Solo, glaub ich. Lass ihn einfach in der Zone nur abpacken. Da vorne rennt einer. Und da ist er Maid, der kommt jetzt erst gleich den Buckel hoch. Oder er rennt draußen rum, näher rennt hoch. Da ist jemand Backage-Jump. Da hat minus 21. Warum treff ich grad nicht mit der Heli? Rechts von dir. Rechts von dir. Da. Den kannst du vielleicht gleich wegschnipen. 150er Hit. Hast du gesehen, hier steht da ne Jump Head. Ja. Der andere kommt da, glaub ich. Lass einfach auf das Jump Head. Easy. Und dann nen Sound direkt, oder? Ja. Hat zwei 35er. Lass jumpen. Da fährt's weg, ne? Ja, ja. Warte. Ja, ich jump jetzt auch. Ja. 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 Da ist das stimmt. Ja. Ja. Ich bin tot. wo ist der feuerschutz geben an die freitens wird den anderen da sind wir haben das haben die abwanden die müssen die müssen hier rüber schwimmen und kann ich bauen währenddessen wahrscheinlich können wahrscheinlich können die bauen und wahrscheinlich habe ich kein engliger jetzt hier steht ein jump hat ich bin mir kurz ein bing und haben wir kurz noch die xp munter die feiten immer noch ich vermute hier ist eine aber einer solo aber da liegen wir drin da hinten geht jetzt richtig ab ich habe gerade mal 199 mit 307 backstein ich treffe heute echt nichts mit der snipe der hat 46 der bei 28 erbaut in dem moment mein gott bitte 1 leider so wichtig face iconiker ist ja in der runde Jö, ich schluss, ich schluss, ich schluss NICE 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 Hey, umh... ältiger wahrscheinlich hause mein leben einfach mit ihr damit macht macht die treppe oder so ich hoffe die kommt hier mich kurz der hat eine heavy ohne rock launcher kannst du zwei minis mitnehmen ach fuck das sind noch fünf ja kann ich mitnehmen warte neben scheiß auf die bandage kann man damit ich hab platz frei ich glaube ich tecnic das war nicht der der mich gesnipet hatte ab 1 noch passen trompet komplett in der zonen das sind die die hier waren die geile lutsche ach diga wahrscheinlich visiert einfach an Die haben aber auch kassiert. Ich fiel mich. Wir sind unten raus. Ich hab nen Biggie für dich. Wie viele Leute leben noch bei euch? Ich geh nicht mehr. Ah, ich brauch noch einen. Ich hab nur noch einen Minion hier. Ja moin. Ja moine. Ich find so ein Bot. Ich hab zwei. So wie HIV. Ich hab einen 150er da gegeben. Die fallen erstmal ne Runde. 36er Hit. Das ist der mit dem Crafter, glaub ich. Wie war der nicht drauf, man? Ah, er jumped halt noch weg. Hab einen Knocked. Ich hab einen absolut White gemacht. Ich bin aufs Jump Head. Und ich hab keine Ahnung, wo der ist, den ich White gemacht hab. Ich weiß noch. Ich flieg richtig beschissen. Ich hab vier Flossen. Hier. 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 Da kommen wir noch nen Kill. Hat man einen bekommen. Nein! Schade. Dritter? Ja. Habt ihr noch Punkte bekommen für dritten? Top 3 oder nicht? Ja, nö. Top... Ah doch. Nein. 24 Punkte nach zwei Runden. Ja, ist viel besser. Aber nachdem wir in der ersten Runde so wenige Punkte gemacht haben... Die erste Runde hatten wir vier, oder? Ja. Ja, easy 20 Punkte gemacht. Da kam halt halt einmal einer ums Eck mit so ner epischen oder legendären Heavy. Ja. Oder was heißt Heavy? Äh... Heavy Tag. Ja, es hat 56 Punkte nach zwei Runden. Ah... Das hat schon gewaltig... Vielleicht schon mal Hausnummer... Egal... Können wir uns nicht beeinflussen lassen. Ich will mal kurz was zu trinken. Daniel, ne? So geil, ja. No joke. Was denn wer? Ach so, ja, ja. Wie hart weh du lachst. Digga, aber die hat schon so ewig lang nichts mehr gepostet. Auf Dienstag. Ich dachte, du willst hier nicht mal folgen. Ich folge ja auch nicht mehr. Ach so. Aber ich seh die ganze Zeit Beiträge. Und... Matt hat dich immer noch nicht angenommen, ne? Ne, hat noch nicht. Weiß ich... Ich geh halt immer noch voll auf auf ihren Account. Und sie halt die ganze Zeit, dass ich immer noch 33 Beiträge hab. Mhm. Ich bin Opfer. Ach so. Ja. Ich bin wieder back im Business. Jesus, Messi. Oh, ich hab heute wieder ultra viel Heel dabei. Ich hab nur zwei Waffen und drei He... Oh mein Gott! Messi sieht aus wie, ähm... Von Haus des Geldes der... Typ hier. Ah ja. Äh... Hier, der die ganzen Überfälle leitet. Wie heißt er? Professor. Genau. Du hast nicht mehr, weil der die Serie am wenigsten geschaut hat. Ja, ich weiß nicht. Dani, hast du... Das Haus des Geldes schon geschaut? Ja, mein nicht. Staffel 4 hab ich noch nicht. Ich hab grad mal zwei Folgen angeschaut. Bei mir ist schon wieder Reis, das war her, alter. Das ist das Geld das letzte Mal geschaut hab. Messi sieht doch nicht aus wie der, hallo. Digga, Lojo. Digga. Ich muss ein Bild schicken. Nein, bitte ist es nicht weg. Doch, hier. Bisschen schon. Hey, sterb ich die ganze Zeit. Minus, die ich hab schon 40 Uhr. Ich seh ja auch ein bisschen, ähnlicher, alter. Komm, Schatz, mit Datangabe ein bisschen. Schau mal. WhatsApp. Das ist kein normales Bild, das sieht man. Das ist ein normales Bild. Da hat er einfach nur Brille an, seine Haare gescheit gemacht und Ding. Anzug einfach angezogen. Es kommt 6... Wolltest du noch ein Turnier, ne? Ehm, halt oder so. Ja, halt, halt. Ehm, spielt ihr das? Ja, weiß ich noch nicht. Oder, weil, ah ja. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ob ich da so rein sweat, vielleicht ein, zwei Runden, vielleicht bekomm ich da durch Punkte. Ja. Aber so... Aktivfreund haben wir natürlich da nicht. Das ist gar nicht, Bob Marley. Bitte Schildmann. Oh, nein. ich merke ich merke ich bin noch mega satt nein weil ich kann nicht kann um mich vor man hat die videokonferenz wann haben wir videokonferenz nicht nein dann nicht ja ja es sind mega viele mit dafür ist verdammt treuig drei teams oder sind mitgekommen ja dann chill einfach was dahin der wochen und die schlägt irgendwo gegenüber von uns sagen ja dann lassen wir schon noch ich glaube die körperung der wochen wesen die die rocke zu schüttiger da ist einer und ich glaube rechts bei norden oder lass einfach hinten durchziehen schauen ob da oben kratz gewählt ich weiß nicht ob du es mitbekommen hat aber tremex und romatra haben doch streamer bewertet mehr streamer und streamer also von den stream content halt wie sieht es so hoch und es gab halt legende es gab legende s abc def und mühle ach so hier oben ist so eine gute tschuss vielleicht daraus die ak aber das ist doch dann können und weiß über legenden war da war einmal krong monte und die mutter von romatra ich hab gedacht vom außen und gotten beim müll rapet tritt ich wurde gewandt triple headshot man kennt ihn internet man kennt ihn ich wurde gewandt da vor uns du hast keine snipe dann können wir safe auf dem dach hocken lass rüber oder ich werde angeschossen hatten wir gerade eben nicht 24 punkte ja aber wir haben schon ein plätschenschläge bekommen als haupt ja 28 und über dem steg ach jaja sie haben nicht getötet mini ich mach mal ein mp weg ich hab halt eine graue Pumpe lass uns hier noch hin ich hab halt 34 Meter hab ich 2-2-2, aber ich sag dir nicht mehr hereinfolge dann mach den Herr Rabe, wie macht er rund 50 Punkte die war mir die haben den Spaß er ist one shot, hab einen er steht auf einmal in mir drin, ich check gar nichts er ist raus er findet stört nein Digga, gib mal einen, kannst du erst schießen er hat halt full life noch gehabt probier nicht immer in einem Teufel zu bleiben sondern teufel dich dann immer weiter weg und ich hab dich extra runter geschossen du baust dich wieder hoch aber 3 Games nach einer Stunde ist okay jetzt brauchen wir halt noch eine richtig geile Runde win mit 10 Kits oder sowas 2 Wins werden insgesamt neues ja mhm 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 Ja, ich meine, wenn du Vollbildschirm hast. Ja, hab ich. Na dann, keine Ahnung. Naja, egal. Ich würde das zumindest am PC. Ja, am PC ist das. Ja, das weiß ich auch. Wir sind Solo. Ich land rechts. Lama. Ja, ich glaube ich Disco. Ja. Und meinen Mane, also, wo wir damals immer gelandet sind, dann landen auch zwei. Ich muss schnell. Ich komme, glaube ich, direkt auf deine Seite wieder, weil... Keine Ahnung. Weil die werden, von oben werden mega schnell fertig sein. Sind da zu zweck gelandet. Ich habe halt so viele Schilder, ja. Neun Minis, ein Biggi. Stabil. Die Häuser loot ich, wenn du da noch nicht warst, zu dem Zeitpunkt dann als letztes. Ich will erstmal die anderen Häuser looten. Hey, Jujo, ich sehe grad deinen Snap, ne? Ja, ja, und? Ich hab so Hunger. Und Fabian, auch. Der Herr war so geil, Notjob. Ich hab mir so gegönnt. Danach hab ich mir noch ein Double Burger gegönnt, Alter. Doppel. Der Herr übertreibt's halt schon wieder. Der wird schon wieder fett. Safe. Scherz. Hier ist auch ein Stock. Ne, hier wird's ein Stock gekappert. Auch mehr als ich. Auch wenn das Gefühl nicht möglich ist. Ich hab auch eigentlich schon. Hä? Hä? Warte, warte, warte. Lennox, ich hab eine Frage, ja? Warum bist du so schwul? Hast du mit deiner Freundin Entschluss gemacht oder sie? Was? Chill, chill, chill. Er hat aber schön noch Stone Island gegeiert. Zum Waldteamstag. War einmal zu klein, ne? Äh, Fabi, die sind jetzt da bei den Häusern. Einer schon richtig close. Ja, ich komm. Unter mir. Einer, äh, 66 White. Äh, komm, let one shot. One HP. Bleib auf, bleib auf, bleib auf. Haupt, was in der Maid kommt. Er hat RPG. Sehr gern proben. Und ich verbaue mich und schaff dir deswegen den Lock. Hab einen Lock. Headshot. Nice. Hat ein 14er Hit. 39er Headshot. Das hier war mir. Er hat sich selbst gehitet. Viel können. Ich hab mich so verarscht mit dem Edit, alter. Hast du Rockets? Ja, hier. Zehnmal die Wall auf und zu geeditet, aber immer schnell wieder zugemacht. Weil ich wusste, er schießt dann kalt. 400 IQ. Was hast du dann hier? Äh, zwei Dings, nichts will ich. Na schnell zum Ding. Nimm du Heavy-Sniper dann, ne? Ich hab nichts getroffen. Ja. Ah, ich glaub da waren sogar schon welche. Ja, da waren welche. Da oben rennen nämlich welche. Lass grad so ohne. Ja. Ich hab auf jeden Fall jumped, ne? Okay. Äh, willst du mir vielleicht ein BG geben oder soll man keinen Gun? Lass kurz mal was da oben drin ist. Also ja, hier. Da hinten rennen auch noch Färcher. Da hinten rennen auch noch Färcher. Ach, Digger. Ich hasse mein Leben. Was hast du denn hier? Ja, jetzt sechs Minis und hat ein Nutzstand. Komm, Digger. Die Runde wird's. Nach der Runde fünf Stück Punkte. Mösten wir noch sechs Skills machen und win. Wenn ich einfach nicht immer so Punkte nimmst. Erstmal 40 Punkte. 40 Punkte wär schon mal ein guter Ansatz. Haben wir schon mal einen guten Punkt gemacht in der Runde. Okay. Immer kleinere Ziele sind die größten Ziele. Fonds. Was auf drei einlasern. Den. Warte. Warte nach dem Bolzen. 3, 2, 1. Äh, schick, Warte. 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 Ja. Ich glaube, das hinten runter. Ja. Noch mal ein Minus. Ich hab' ihn. Nice, man. kommen junge richtig ins und die nächsten was den vorderen laser 3 so nein dann hoch was wieder hoch was wieder hoch sie immer alle hat 60 aber noch als ob du auch nur klangst ja von dem einen gegner vor viel break 31 auf weit hab ihn lässt mir gar nichts übrig schon asozial von dir willst du den rocket launcher auch mitnehmen ich hab eigentlich keinen platz wegen bandage kann und minis hast du rockets von dem ja auch schon ja hab ich da liegt ein schallgedämpfter prüfen die vertreten die scheiße geworden die war damals so ok es war also ich habe nur kürze alter aber wir haben auch schon wieder placement bekommen nach vorne sind welche geschwommen wenn wir da ganz kurz die ep-münze hast du ein jump pad die schwimmen da vorne oder einer schwimmt da vorne zu du hast mich hier keine na egal wir haben auch noch fluss was bis hierhin schön und dann da hoch da sind welche ich gerade ausschwimmen wir haben auch einen rocket launcher der dritte die runde was den vorderen müssen schnell da hoch die schönen dann auch oder der eine zumindest da rennt jetzt was den vorderen lasern der hinteren baut der geht da wieder zurück so ein bisschen da hinten bei der tank sind doch noch wäre ja es kann sein dass da auch noch welche sind ja ja jetzt ist neidiger einer minus 21 was hat was durch die mitte durch alter er gibt mit einer headshot ja und aggressiv ja moin digga wir müssen noch runter die schließt nicht auf andere denn trotzdem wollen jetzt für die helfe und du glaube ich auch ich hab aber noch ein biggie hier lass dann grad weiter durchziehen lass hier noch kräg ich hab jetzt ein slot frei auch dann lang noch bandages kommt was hat weiter das ist ein lama links was dahin was dann dort eintöpflen ja nur kein full holz da ist ein charme drin gewesen ich baue natürlich erstmal ich baue mit metal hier liegt der stein hier hab hier oben kurz mein metal getroppt ich bin da aber ich habe nicht gestürmt muss doch mach ich weil ich gerade tiktok gucke ich kann die jahre dinge nein guck fortnite ja mann digga da kommen hinter dir welche angeschwommen ja was ist hinter dir links halt ja moin da sieh hoch mich hier versuch du kannst du dich d du kannst du du kannst du Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber noch bist du auch mit was weg ja ich place hier hatte absolut gar keine bisschen stein hat er was nächste zonen auch kannst du mich hier mit einer hielkarte hast du zwei rocke von dem bekommen auch passen über uns da auch bei wir haben damit gepläst Ja, ich bin dead, Digga. Nein, 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 nein. Ich bin dead. Oder auch doch nicht. Bei uns. Ich habe Jumpe, lass gleich auf Highjumpen, komm. Nein. Jawohl, das kommt schon. Ich habe einen Knocked, nice. Nice. Ja, ich bin one shot. Ich habe keinen Schild mehr. Ich bin in der Zone. Tone, geh zurück. Kannst du mir Minis droppen? Ja, zwei habe ich noch. Drop ein. Nehmen wir uns. 114er Hit. Ich habe Highjumpen. Ja, Digga, ich bin dead. Spiel auf Top 3, Spiel auf Top 3. Wie viele leben noch? Schöne mal, vier. Oben ist ein ganz Ruhe. Du hast noch, du hast noch genügend Metz. Ja, Moin. Ja, egal, egal, dritter, egal, dritter. Gewinnen hättest du das nicht können. Egal, schön, 44 Punkte. 45 habt ihr? 44. Nice. Ja, 44. Ja, 44. Passt. So, ok, so. Ich gucke euch wieder auf Handy zu. Oh, wo wird zwei Prozent? Wann aktualisiert sich Dings? Da muss man das Spiel, glaube ich, neu starten. Soll ich mal neu starten? Dann wir aktualisieren jetzt auch nicht. Punkte hat er erst. Warte. Start mal neu. Ja, Mann. Obere zwei Prozent. Vor dem Game waren wir obere fünf Prozent. Jetzt habe ich extra den Bayernbecher genommen aus dem Stadion. Trotzdem bin ich schon leer. Hä? Extra den riesigen Bayernbecher aus dem Stadion genommen und trotzdem schon leer getrunken. Digga, es ist schon lächerlich, Digga. Du, zwei Wochen vor, Digga. Digga, du hattest so viel Glücksletzte normale Spiel, Alter. Das war halt noch das Bayernjubiläum. Und jetzt und ich muss wieder sterben, Alter. Was für Sterben, Digga. Wir hatten halt zwei Lamas in der Runde, ne? Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so weit kommen. Oh, ich höre euch wieder. Hast du uns gerade nicht gehört? Ne, ich habe mein Herz gerade abgenommen. Ich habe mir einen Pulli angezogen. Ja, wir haben... Seid froh, Digga. Wir haben dich so beleidigt. Wir haben dich so beleidigt. Ja, aber genau. Warum höre ich mich jetzt so doppelt? Das war nur kurz. Ja. Ich habe die Scar mit den 37er Buddy-Hits den einen komplett aus dem Leben gelassen. Ja. Sieht so aus, als wenn ich auf der linken Seite landen könnte... da kann auch sein dass rechts landen ein duo glaube ich contestet wenn wieder da die landen links oder dann liebte palm kommt landen recht die sind zu gelandet da eine blut ich habe auch den pump unten schampel ab die zeit könnte ich jetzt kann es sagen erster platz hat 81 punkte mit sechs matches aber sechs wir haben vier wie viele kids haben die durchschnittlich durchschnittlich 9 match verlauf haben die erste runde 15 zweite runde 0 dritte runde 1 4 runde 0 5 runde 6 16 und platzierung haben die nur ein hier bei mir ja ja auch über mir verbinden so fertig kommt da geht's nicht raus da sitzen wir fest draußen auf der straße liegen das eine hat 42 punkte hat nur zwei matches gespielt und 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 Komm hoch Bro, komm hoch Einer knocked Er ist chill cracked One shot Hab ihn Nice, komm Junge Bis uns gegenseitig ein bisschen pushen hier Komplett den Befehlen von Johannes entgegengesetzt Das war komplett kriegen gespielt Na also gib so viele Punkte Wenn ihr 60 Punkte habt, seid ihr schon Top 200 Ach so Ihr seid grad Top 1000 Insofern man nicht kann Wir gewinnen jetzt einfach die Runde Ja zumindest gut Punkte machen wieder Wie die letzte Runde Wenigstens mal Top 100 kommen Wenn wir so konstant wie die letzten Runden spielen Das ist richtig clean Halt nicht mehr so Runden Daniel wieviel Punkte hatte gestern der erste 127 Nur Ok gestern war auch World Cup Jeder Und wenn die einen jetzt schon 100 Äh was für 100 Wenn die einen jetzt schon 185 Punkte haben Das war nur noch 6 Runden aber Nur noch 4 Runden haben die Äh hoch Und das wird es wird ja auch immer schwieriger Aber das Ding ist die Einnahmen nur 2 Runden gespielt und 50 Punkte schon Ja 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 es gibt Der erste hatte vorher nach einer Runde 50 Punkte Krass Das ist immer so Der erste nach der ersten Runde hat immer 51 Punkte Ja Bei diesem Turnier hier in der allerersten Runde die Juri und Juri gespielt haben Dann hatten wir auch 32 Punkte 33 Punkte Ok Das war bisher auch in unserer allerbeste Runde Glaub ich Ah da waren richtige Bots Digga Ja Da hat man gedacht Man hat gedacht man spielt wirklich Arena bei 0 Punkten Ok Was schnell noch zur Insel Ah ich hab euch gefunden ihr seid gerade auf der nicht aktualisierten Liste also jetzt auf der neuen 1306 Easy Was haben wir durchschnittliche Kills Äh durchschnittliche 5 Und Placement Äh Platzierung 11 Und durchschnittliche Punkte 11 Das heißt Ja Entschuldigung Ja bin ich schlecht Am Ende des Tages stehen wir eh ganz oben Hopp Oh Gott Ich verlass kurz Wie viel bekommen wir uns? 750 Ja Toller Ja Keine Ahnung wieviel Dollar Dollar Umgerechnet Ungefähr so 708 Euro Mehr Nice Wenn es so 800 Euro gewesen wären Ein tausender wird Ein tausender wird Schockwurt Das ist ne Biggie Was hast du denn hier? Äh 6 Minis und 3 Mad Kids Ich spiel nochmal eine Runde Ich spiel nochmal eine Runde Arena Bandage stand Ich nehm wieder Bandage kam mit Dann gönne ich mal ein Biggie Endtasten Warte Warte Zone von Scheiße Ich spiel so Montag Dann Die erste Runde war richtig abgefuckt ja aber wir hatten noch mal eine ja ja ich weiß komm die runde holt ihr jetzt auch aber diesmal ein episches Sieg wär dann halt ich hab mal bescheid wenn du irgendwo eine blue pump bzw. blue tag findest oh ich auch immer noch eine grüne pump ja das ist nur ich hab halt auch noch einen jump hat ne das eine jump hat war doch gerade eben so gut gespielt so gut ohne das hätten wir nicht so weit hoch oder hätten wir es nicht geschafft da oh mein gott auge isla schau mal war mal im baum aber jetzt wird er vorsichtig sein weil ja ok sauen weiß nicht ob rechts noch jemand kommt könnte mir vorstellen ja was hatte haben die sich jetzt getrennt nein nein ich will das mal im Spiel hört er kennt es nicht auch nein ich lass eine flosse da du hast den ja sogar von hier kennt man das lava gefühlt nicht und du hast es auf 250 meter gesehen auge isla man sieht es wirklich fast nicht fällt es runter wenn man den baum abbaut ja glaub schon aus 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 da oben hinter dem paket 150er hit der lutherfurt ist nie glasser von das abhauen das abhauen ich renne erstmal noch mal hinter dir wir sind komplett im sandwich was kommt Ich hab auch ein Bill für dich Noch eine Scar Hundertfünftiger Hit Ich hab's gesehen Ach nein, der wäre halt auch drauf gewesen Oh, die feinten nicht, die feinten nicht Oh, da hat der gefettfingert Der hat gefettfingert, die feinten nicht Achso Ich hab's gesehen 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 Hey Bro Ja was ist Ja was ist Oh fuck Ach임 ja jetzt haben wir uns verbraucht auch nein digga können wir doch weiter noch ich hab ein hatches kassiert und die zone ist richtig beschissen das stimmt jedenfalls wir könnten low jump die rufen die den voraus Nee, die sind auch schon gemoved, komm. Ach, Digga. Digga, da unten liegen irgendwie 10 Biggys oder sowas. Ja, Mann, Digga, scheiß Bogen. Oh, wer hat den Bogen? Äh, die bei NW. Ey. Ich hab noch 1000 Nutz. Ich hab noch 1000 Nutz. Ich hab noch 4,000. Ja, okay, sagen 1100. Ja, okay, sagen 1100. Wenn wir nicht in Zone sind, müssen wir jumpen. Da unten liegt halt so kranker Loot. Hm. Ja. Jetzt ist die Frage, Loot pennen wir? Nee, ne? Nein, so weit kommen wir dann nicht. Ja. Einfach hier dann, oder? Ja, hier hinter uns. Playst du das? Ja, kann ich machen. Ich place jetzt aber noch nicht. Wie viele Punkte habt ihr? 48. 49. 49. Nice. Place ist bei 3 Sekunden. Jetzt. Ja, Moin. Ja, Moin. Jump hier nochmal. Bei mir war es überall, aber nicht über mir. Ich nehm dir einer. Ich nehm dir einer. Ich nehm dir einer. Nö. Also da drüben wahrscheinlich schon bei Südost aber. Ich hab... Ich hab... Hab so keine Metz mehr. Noch 590. Ich hab jetzt noch 600. Oder 600. Oder 700. Da acab dich jetzt noch 790. Hap ihn lockt. Niiice, ja. Mein Controller. Der ist grad wieder von alleine. Keill. jetzt laufen oder jumpen ich geh kurz spielfett ja komm mal mit all minus 60 wir können wie sie laufen habe ich bin jetzt hast du das jump hat war unter der treppe ich renne einfach durch welcher mensch hat im late game twitter dabei da ist nur 1hp hab ich noch hab ich noch hab ich noch hab ich noch Spiel auf Placement Achtung flieg runter und wir sind tot dann weiß schade ja die waren so weit bei der Wand hofft 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 bekommst du kommst als nächstes drei Punkte D2 Top 6 du hast die ganze Bände zu können du kannst uns auch kurz noch kurz mit dem zonen schön oh da ist halt ok chill kurzzone du hast noch 130 Metz 13 Bills 13 Bills nein sechster aber sechster 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 54 nur 10 Punkte gemacht aber egal Jungs ich geh in die Party von Lennox bis nachher und so was auch drin aber ich gucke ein stream weiter bis nachher haut rein ja bro ciao ciao ich hatte einen so one end gemacht Ja, bei mir waren auch komplett bei der One-Shot. 9 8 100 1 1 1 1 1 1 1 1 Kostik und das eine Städte zu sehen kaufel die schützt man im stream kommen die nachrichten ja nix spenden einfach wenn es bitte sei leise 5 runden noch oder noch vier noch mit der hier noch fünf nach der noch vier ja noch zwei oder so was ja das heißt wir müssen auch wenn alles gut läuft zwei offensiv oder sowas wo ich fand hier bei den tag und ist eine pump bei dir genau ich habe eine pump die sind zu den häusern da ganz hinten bei b abgedreht gerade eben aber schon noch in misty die sämme für schild oder hast du schild ich muss mein anderes gebäude das minis und wie klaus war sie vor mich hier oben raus er warst er tanzt scheiß hurensohn alter er hört mich gleich hätte wenn ihr fisch ich hab das kaputt schießen müssen mit der tag einfach einmal brauchen wir platz platz eins hat 100 points und sechs gespielte matches aber platz drei hat 89 punkte und drei matches drei matches die haben wir alles gewonnen ja man sich am morgen früh will vv schule machen ja und eine stunde what the fuck ja wir haben ferien stimmt er schreibt das jetzt heute haben ferien und vor um elf da penne ich noch übermute hat die wir machen wahrscheinlich wieder kein unterricht das ist wahrscheinlich denn eh wieder das gleiche wie ding bei meinem onkel die machen normalen unterricht geht es auch internat aber ich habe gar keine nachkommen war doch jetzt hallo zusammen habe gerade ein video chat über modul für morgen früh um 11 uhr organisiert dann müsste ich auch alle sehen ich gehe davon aus dass ihr eine e mail erhalten habt liebe grüße und bis morgen ich habe keine e mail erhalten ich habe gar keinen bock ich war jetzt eigentlich nicht mehr dafür ausgelegt so viel für schule zu machen sie schreibt letzte woche noch schöne ferien dies das und jetzt kommt sie so morgen wollte ich eigentlich zimmer streichen körper doch vielleicht schon was mache ich erst nach der prüfung hast du ja mal was geschickt ja noch gar nichts geschickt ich habe auch noch kein ich habe vier die für die finitionen gemacht und sonst hat nur vokabeln oder halt aus dem ein körper her dass wir auch in der schule benutzen jetzt noch gehen so viele das sind mega viele dabei jetzt das wichtig wenn wir dieses für die überleben neben mir ich habe keine schocktabückel vielleicht doch hab eine kannst du irgendwie zu mir kommen ja ach die tschöne oben da das wurde der clown ist los der clown hatte 13 op der clown hatte 13 op und schon sind es noch drei runden drei runden an der endgame ja der 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 und renne nicht da so komplett stürmisch rein alter ich war richtig überfordert ich hätte gedacht du wärst unten gewesen und der andere wäre unter mir der andere über mir auf einmal waren die beide unter mir ich war nebendran ja mein